So Freunde, was geht unter mit ein herzliches Willkommen. Heute werden wir endlich meine eigene Playlist machen. Habt ihr vielleicht, müsst ihr eigentlich am Video gehört haben. Die ist eigentlich nicht privat gestellt. Also jeder kann sie hören, der Lust hat. Und wir gehen, let's go. Wir drücken auf Playlist in 5, 4, 3, 2, 1. Ja Mann, ich hab mich Biene genannt. Und hier ist sie. Ja Mann. Also holt euch die Playlist, hört sie euch an auf Sonos. Und ich versuch's jetzt auch auf Spotify. Also bleibt dran. Ja. So Freunde, da ich auf dem Tablet natürlich kein Spotify hab, gebe ich das jetzt hier ein. Das ist ohne Sound. Schwarzer Joker. Oh mein Gott. Und das sind natürlich ein paar Lieder, die immer im Video drankommen. Das haben wahrscheinlich schon viele gehört. Oder vielleicht auch, ja das haben auch sehr viele gehört. Es heißt, hello. Ähm, hier. Und hier kommen eben, das sind alle Lieder. Schwarzer Joker ist die Playlist. Die eben hier in meinen Videos vorkommen. Also holt euch die Playlist. Viel Spaß. Und ciao. Ciao.